Wer war da schon? Kunstgegenstände? Wir gehen tief in die Zeit. Der Auto geht nach Humane Labs. Du fliehst da, nicht in den Betroffenen. Du gehst auf alle globalisten Händler, die in deinem Weg kommen, aber ruhig... ... und aus der Kontraband. Du wirst keine Ruhe, dann wird es wirklich schwierig. Schönen Glück, Partner. Diese Mission ist schwierig, die kann ich nicht wirklich, es wird richtig scheisse um dort rauszukommen. Ich darf nicht gesehen werden, ich muss da alles Headshots verteilen und das ist nicht so einfach. Die dramatische Musik, die haben wir mir angebracht. So, kannst du was trinken, da sind die steigenden Heli. Da ist er ja schon, der Absprungpunkt. Ich werde gleich abspringen. Es ist auch dumm wahrscheinlich, dass ich da das Originalfahrzeug nehme. Ich werde gleich abspringen. 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 Um Gottes Willen. Ich habe nur einen Fehlschuss und schon geht der Alarm los. Ich habe nur einen Fehlschuss. 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 Ich habe nur einen Fehlschuss.